Perfekt! Ich hätte vielleicht untertitel einstellen sollen. Egal, ich könnte ja englisch. Ich bin für Sie, Dogen. Aber Noah darf nichts davon erfahren. Und da ist Faith. Hey! Schön, dich wieder zu sehen. Jeder neue Tag wirkt eine Chance. Sie können sie verbrauchen oder nutzen, um sich selbst und ihre Karriere voranzubringen. Bisschen aufwärmen. Okay. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, hm? Das ist eine Frau? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird bin. Oder hättest du gern nochmal drei Monate? Oh! Au! Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Kraft. Na los, gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. Zwölf Monate Haft sowie weitere neun Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dringend ihrer Sicherheit. Achten Sie auf Regelbrechern unserer Methode. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Grid Link überwacht. Würden Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lass mich einfach hier raus. Okay, bisschen liggi. Die Umkleider ist links zägnend. Das ist ja schön. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Und somit kann ich jetzt offiziell sagen, willkommen bei Mirror's Edge Catalyst, Leute. Spannend, spannend. Wie ist das Spiel so? Hallo. Perfekt. Und willkommen in der Welt von Mirror's Edge Catalyst. Wir können laufen. Wir können springen. Wir können uns ducken. Und... Da ist ein Polizist. Hi. Oh, oh. Tut mir leid, dass ich hier angeschaut habe. Ja, ja, ich bewege mich schon. Also, der Kumpane da ist echt asozial. Oh, du bist auch asozial. Okay, verstehe. Vertraue niemals Polizisten. Irgendwas in dem Spiel. Kann ich da durch? Danke, danke. So. Hier laufen wir. Hier laufen wir. Oh. Da kann ich nicht durch anscheinend. Wo muss ich hin? Hey. Hier rüber. Hi, er ist ein Dudel. Komm mit. Okay. Hi. Wer bist du? Ich bin Icarus. Icarus. Das könnte jeder behaupten. Du hast keine Flügel. Du musst mir einfach vertrauen. Hier. Nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beat Link. Okay. Aber. Nimm es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Nur am rennt darauf mit dir zu sprechen. Okay. Was zum Teufel? Okay. What the fuck? Was ist los? Das ist ja wie die Google Kontaktlinsen, die jetzt rauskommen sollen, oder? Ist das glaube ich Google Kontaktlinsen, oder? Von Apple? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas. Boah, ich würde verrückt werden, wenn ich das alles sehen würde. Irgendwie. Oh. Ich bin gar nicht geläutert. Okay. Das war's. Danke. Ähm. Klingt gut, ja. Sirene bedeutet nicht so gutes. Los, lauf, 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 lauf. Und jetzt kommt ein paar Q-Action. Sehr schön. Hopp. Perfekt. Los, lauf da. Wenn wir noch länger hierbleiben, wird K-Stack uns beide erwischt. Oh, da muss ich hin. Wir treffen uns dann weiter. Du bist einen anderen Weg. Du lässt mich aber alleine. Warum? Noa? Die ist draußen. Ich habe mir das Speedling gegeben. Das ist nicht mehr im Grid. Sehr schön. Oh, drunter. Das ist schön deine Stimme zu hören, aber du musst weiter. Du musst den K-Sick von deiner Spur abbringen. Es ist leichter gesagt als getan, Noah. Oh, Heli. Krugersack Guardian. Guardian. Lechter Angriff. Nein. Niemals. Fick dich. Oh. 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 Das tut nicht gut. Wie machst du das denn? Arm ist in... Egal. Ich mache mal die Tür auf. Tut mir leid. Oh. Hey. Hey. Working as Intendant, oder? Gut. Geht schon. Hopp. Weiter geht's. Und hopp. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Loppa. Ich muss sagen, das Spiel ist echt smooth, also schön flüssig. Ich beuge den Runner Echo durch das Lagerhaus. Und es macht mir gerade irrsinnig Spaß einfach heute durchzurennen und alle Hindernisse zu erklimmen, zu überwinden, was halt Parcours macht. Und sie eröffne dich. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt, ob die berühmte Fade wirklich so rudest wie alle behaupten. Hey. Ich bin gut. Genau. Natürlich schafft sie das. Oh, dein Beetling wird währenddessen kalibriert fällen. Da-da-da-da. Easy. Und los. Es wurde eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich. Jung. Mhm. Jo. 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 Ja, total. Phoenix Carpenter? Ja. Dogen hatte sie mit einem gefälschten Windprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beetling übertragen. Er könnte uns später noch nötig sein. Okay. Schön, dass sie über mich sprechen. Ich schätze, Kaystack mal das ernst. Lauf einfach weiter. Genau. Dankeschön. Gut. Da-da-da. Oh Gott. Hallo mein Freund. Ich brauche dich jetzt nicht. Die verfolgen mich noch immer. Sehr schön. Ich führe hier das Lagerhaus. Hopp. 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 Oh. Nice. Nein, hier rauf. Mein Fehler. Gut. Ich habe einer schon mitmacht mit ihnen. Sie haben sich vor lange Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Ich will die... Oh, scheiße. Aua. Äh. Sehr schön, sehr schön. Oh, 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 oh. Fick dich. Oh. Oh. In die Fresse. Oh, gute Nacht. So. Gut. Der hat mich überrascht. Gut. Wir sind hier. Hi. Okay. Woher kommst du? Er wollte einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar. Wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdein Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Na doch. Okay. Gut. Dein Beat Link sollte inzwischen kalibriert und dein Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rohr. Wir treffen uns dann beim Tower. Sehr schön, ich folge dem Rohr. Gut. Es hat sich angehört wie Spider-Man. Hat der irgendwie so einen Grappling-Hook oder sowas? Ähm. Alt. Perfekt. Okay. Hop. Hop. Oh. Scheiße. Nein. Fail. Hahaha. Fail. Ähm. 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 Kommentar. Es ist so smooth gelaufen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Okay. Es kann auch eine passieren. Okay. Gut. Wenn du eine... Oh. Okay. Lass aber ich halt nicht die äh... Tipps da lesen. Au. Alt. Sehr schön. Ist gar nicht los. gut. Los gehts. Los gehts. Los gehts. Los gehts. Oh. Scheiße nein. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? 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 Was ist gerade passiert? Nice. Nein. 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 Dich idiot. Ich wurde gerettet. Und dann springe ich runter. Good job Akito. Good job. Ähm. Das ist gerade das Tutorial und ich kippiere. Ich weiß nicht ob es ein verzweifeltes Lachen ist oder ein humorvolles Lachen. Ich glaube es ist etwas verzeifeltes. Äh. Wollen wir mal wieder alt drücken. Sehr schön. Und was hält ihr von der neue Kamera? Äh. Ich weiß das. Ich habe vorher die ganze Zeit in der Webcam verwendet. Ich glaube das hat man gemerkt an der Qualität. Ähm. Schreibt mir doch in die Kommentare was ihr davon hält. Das ist doch voll nett. Hopp. War noch runterrutschen. Oh. 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 Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Danke. Das war knapp. Habe ich doch gesagt. Gut. Weiter. Weiter. Ohne Pause. Ups. So. Sehr schön. Sobald ihr da seid, habe ich ja eine Kleinigkeit für euch. Okay. Was denn? Und schön. Oh. 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 In die Fresse. Sehr schön. Naja. Das sagen sie immer. Hopp. Hopp. Perfekt. Meins. Nein, ich hab's geschafft fast. Äh, ich hab's geschafft. Ich kann nicht mal reden. Großartig. Ah, noch ein bisschen. Okay, nochmal, nochmal. Ich schaff das. Ich schaff das. Keine Sorge, Leute. Warum schaff ich das nicht? Das kann nicht sein. Ach, geht schon. Perfekt. Ha. Easy. Perfekt. Übung macht den Meister. Autsch. Das war nicht so gut. Äh, Übung macht den Meister. Habe ich doch gerade gesagt. Gut. Springen. Nice. Upp. Sehr schön. Upp. Ja, merke ich gerade auch. Was? Oh, hier muss ich hin. Okay. Hopp. Whiii. Boah, ich liebe bis jetzt das Spiel. Das ist so smooth und so schnell. Das ist cool. Das ist echt cool. Und? Das sagen sie alle. Und dann kommt eigentlich wieder der neue Gegner. Autsch. Ich hab vergessen, wie man landet. Das sollte ich nicht auch aufpassen. So, dass du das Reitgebäude erheißt. Hopp. Sie ist im Öffentlich. Okay, gut. Du bist ein Freund. Und du hast nur eine Menge Sorgen bereit. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Hm. Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Stimmt. Okay, erledigt. Kämpfen? Weiß ich doch. Perfekt. Jetzt wird auf die Fresse gehauen. Hopp. Öffne dich. Hopp. Und hopp. Sehr schön. Fuck. Hin. Und. Was? Gegen das Gelände zu retreten. Okay. Perfekt. Hab ich. Ja. Oh, das ist gerade ein Kampftutorial. Verstehe. Bis dann. Öffnen. Hm. Cool. Das war gerade irgendwie so eine Art Assassinen-Sprung drauf, nur ohne Klinge. Oh, in die Nüsse. Nice. Oh, in die Fresse. Okay. Geil, geil, geil. Okay. Was geht? Da was geht. Sehr schön, sehr schön. Ich finde die... Doch, das Kampfsystem echt cool. Hoppa. Ich bin echt überraschend, die versenden Sie darauf sind, wenigstens Karten da zu schnappen. Hopp. Wir können vermutlich von Ihnen reden, dass wir nicht wissen, wenn du plötzlich bist, Faces. Sonst stünden die Diener noch weit ausfüllen. Aua. 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 Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße für mich. Welchen Unterschied würde das machen? Rauf. Hier rauf. Ah. Gut. Der Reden-Duo fiel. Ha. Oh, hab's geschafft noch. Nice. Auch wenn ich das nicht richtig geschafft gemacht hab. Fuck. Nochmal. Ja, geschafft. Geschafft. Ha, ha, ha. Hier kämpfst du gegen Echo. Hup. Was dich erwartet, sind echte Gegner. Stimmt. Fortfahren. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ah, siehst du? Zwei Leute, ein Gedanke. Eine gute Kämpferin, Faye. Kriegst du das hin? Okay, gut. Perfekt. Hopp. Oh. Hallo, Leute. Beide hin. Sehr schön. Oh, auf die zwölf. Auf die zwölf. Scheiße, was mach ich jetzt? Was? Was? Wie komm ich hier weiter? Oh. Uh. Weg mit dir. Ein Spezialeinheit? Seid auf jeden Fall vorsichtig. Muss ich hin? Was? Oh, hier muss ich irgendwie rauf, glaub ich. Sehr gut, ja. Ach, genau. Hier hin. Ist noch richtig. Oh. Ich hab wohl einmal zu viel getreten. Mein Fehler. Mein Fehler. Wie ich sehe, ist gleich die Aufnahme hin. Das wird hier, wenn ich kurz ne Pause machen, damit ich kurz die Aufnahme erspeichern kann. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich bin wieder zurück. Ich hab kurz den Speicher auf meine Kamera wieder leer gemacht. Und lass uns gleich wieder fortsetzen. So. Sehr schön. Und hopp. Perfekt. Hopp. Oh, genau. Bei der Schille war der. Oh, in die Fresse. Oh. Oh, oh. Und? Unten. K.O. Weiter geht's. Wie geht's nochmal? Ha. So, kann man's auch machen. Gut. Bye, bye. Eine Spezialeinheit. Okay. Verpiss dich. Verpiss dich. Bye, bye. So, und weiter geht's. Bitte sehr. So, hopp. Gut. Okay. Oh, nö. Gute Nacht. Bitte sehr. So, läuft doch richtig gut, Leute. Wir machen sie fertig und wir machen sie K.O. Oh, Gott. Gute Nacht. Hopp. Okay. Ab. Sehr schön. Boah, ich mag das Spiel so sehr. Oh, perfekt. Ha. Hopp. Kurze Lex. Oh, Gott. Was war das jetzt? Äh, hier wollte ich nicht sein. Ich stehe hier auf der Stange. Okay, hier wollte ich sein. So. Hopp. Genau, danke. Was zur Hölle bist du? Angriff, Banzai. Okay. What the fuck? Oh. Oh. Scheiße. Ach ja. Und wir haben es überlebt natürlich. Sonst wäre das Spiel ziemlich früh ausgegangen. So. Hopp. Den ganzen Weg wieder zurück. Hopp. Sehr schön. Vielen Dank. Hoppa. Hopp. Total. Gut. Allein vorsehen. Es scheint haben sie ihr Kampftraining verbessert. Ja, anscheinend schon. Habe ich gemerkt. Ich bin ein paar Meter tief runtergefallen und habe gedacht, dass ich tot bin. Also, ja. Ich glaube schon, dass sie das denken. Musst ihr denn auch so schafft, wenn man das aufs Dach zurückkommt, oder? Oh, sehr schön. Nach Hause klingt sehr gut. Hopp. Okay. Dieser Ausblick bis zu... Das Spiel ist wirklich, wirklich schön geworden. Das muss ich schon zugeben. Es ist wirklich schön. Was? Ich muss da runter? Ich rede gerade davon, wie schön die Stadt ist. Und dann muss ich jetzt da runter. Wenn er nichts wahr kann, der nichts gewinnt, oder? YOLO! Hi, hat funktioniert. Fokusschild. Okay. Danke. Wehalten. Okay. Habe ich. Ja. Hopp. Na, gehen wir noch schnell nach Hause zurück. Jupp. Sehr schön. Ich bin sehr schön. Und übernehmen dann noch kurz eine Lieferung. Ich schaue später noch mal bei dir vorbei, Noah. Klingt gut, der Kurs. Willst du noch ein Spiel zu Ende bringen? Ein Spiel zu Ende bringen. Ja, ich sehe schon diese Zeichen. Sind wir da? Sehr schön. In Freiheit. Äh, gut, gut. Es war super. Habe nicht die Zeit verfallen gelassen. So, aus dem Knast. Okay. Wo bin ich? Äh, das ist einfach nur... Eine Wand. Eine schwarze Wand. Okay. Geh mal rein. Geh mal rein. Okay. Und hier kommst du hoch in den vierten Stock, okay? Und dort aus gelangst du da rein. Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Ja. Du bist alt geworden. Dann, du blöde Kuh. Nett hast du's hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Bergman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Er ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Er ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Bergman. Dann sehen wir weiter. Ja? Ich bin hier. Dogen hat mir Grüße geschickt. Ja. Das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Wer erwartet dein Paket? Okay. Ich denke, dem wird gefallen, was du da mitfingest. Hol dir denn eine Ausrüstung? Lass uns später mal in Ruhe quatschen. Ja, ja. Machen wir. Wer war das? Campler, wenn das war. So. Wenn wir mal hier hingehen lang. Und dann hier. Oh. Was ist das? Ihre Kleidung. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt sind wir wirklich wieder safe. Faith ohne ihre Kleidung geht nicht. Fortsetzen. Okay. Ah, jetzt gibt es ein Skilltree. Das ist interessant. Ja. Kaufen. Rauszoomen. Rechtsklick. Rechtsklick. Was? Escape. Sehr schön. Okay. Kann ich eigentlich irgendwie... Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Schnellreise zu machen? Ich will jetzt sch- Äh. Äh. Was? Nein. Ich muss hier hin. Concordia Platz. Kann ich da schnell Reise machen? Äh. Was? Okay. 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 Jetzt ist keine Möglichkeit, Schnellreise zu machen. Hey, was ist das? Kit öffnen. Standard Kit. Kaufe Face zu einem Upgrade. Äh. Einen Run Attacker wir bekommen, okay? Und hier kann ich Musik abspielen. Okay, das ist gerade uninteressant. Gehen wir. So. Wir müssen mit Birdman sprechen noch. Auf geht's zu Birdman. Wie komme ich hier raus? Oh, hier gibt es Schuhe. Meine Schuhe. Oh, da muss ich das Fenster. Natürlich. Oh. Hopp. Sehr schön. Oh. Nett. Sehr gut. Dankeschön, dass du mich gestört hast. Oh. 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 Hey. Ist das schön. Wow. Ich habe überhaupt keine Höhenangst. Ah ja. Ja, das ist lustig. Das ist lustig. Hey, Lowman. Wie geht's dir? Schon viel besser jetzt, wo du wieder frei bist. Und wie es der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Birdman. Ja. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf deiner Karte. Ja, okay. Oh. So, wo bin ich jetzt? Tut mir leid, ich muss jetzt mal zu Birdman. Auf geht's zu Birdman. Oh. Sobald du bei Birdman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogan in der Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Klingt gut. Oh, muss ich hin? Da muss ich hin. Okay. Sehr schön. Komplizierte Rewege gibt's nicht mehr, oder? Hey, wie komme ich da rein? Hallo? Oh, einfach nur. Okay, verstehe. Verstehe. Danke. So. Und weit nach oben. Also eigentlich recht lustig. Ich mach gerne Parcours, aber wow, sind das viele Tauben. Aber echt Höhenangst. Hey. Hey, sind überall Drohnen? Ach ja. Amos ist anscheinend ein sehr gutes Geschäft momentan. Hallo? Ich find diese Umgebung wirklich, wirklich schön. Das ist grad richtig schön. Oh. Hallo? Mit Birdman sprechen. Ah, nehmen. Sprechen mit Birdman. Klopf, klopf. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faisal. Ich dachte, du machst ein Nickerchen. Was machen doch alte Leute so? Pass auf, was du sagst, Faisal. Ich schätze, mehr als zwei friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich ja auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich hab ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich hab einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde. Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Gut. Begib dich zum Dash und schließ ihn ab. Klingt gut. Ich bin froh, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Oh, sehr schön. Gut. Den Dash. In der schnellsten möglichen Zeit. In der schnellsten möglichen Zeit. Okay. Und los. Klopos, los, 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 los. Doch, 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 doch. Hoppa. Sehr schnell, 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 schnell. Fuck. Ah. Egal. Egal. 41 Sekunden. Neue Bestzeit. Okay, sehr schön. okay ich bin da unten der beste das gemacht hat waren 68 sekunden unter was wie okay geil verlassen wir das ich sage ich zu kaufen bewegung vom land will ich was haben wir nicht zwei klettern zu abrollen da sehr schön kaufen perfekt sehr gut das gilt ich jetzt ein bisschen seltsam aber also ich weiß nicht wie ich hier das spiel fehlt aber ich finde es großartig ich finde es wunderschön ich kann keine abrolle machen warum was ist jetzt wo bin ich wo sich hin man verliert ihr so leicht über was ich muss gar nicht unter auch kommt schon wieder auf sehr schön da muss ich ihn verstehe diese mission ja das durch eine mission gut ich glaube wir lassen es für jetzt erst mal da ich habe die voll lust zu treten es geht um die kastenlos sie bauen in den grail ein warnsystem für ksack Hä. Sehr schön. Also bis jetzt diese Kästen ausrauben. Okay, ich glaube diese Mission machen wir das nächste Mal. Hey Leute, anscheinend hat die Kamera auch die Verabschiedung weggelassen. Tja, jetzt ist hier halt dieses improvisierte irgendwas. Das ist das erste Mal, dass ich diese Kamera verwende und anscheinend muss ich ein paar Sachen beachten. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mal ein Like da, wenn ich mich unterstützen wollte. Und bis dahin sage ich Sayonara Leute und bis dann. Ciao. 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 Ciao.